Der Erik wird jetzt 14 Jahre alt dieses Jahr. Und so von Anfang an, ja. Und dann war mir das gleich von Anfang an schade. Was macht man mit dem? Und dann habe ich das im Fernsehen mal gesehen, dass man die Wohle nützen kann. Und dann bin ich eigentlich ein nachhaltiger Mensch. Linkes Pfötchen und rechtes Pfötchen. Es sind ja Tierhaare wie alles andere, auch ob ich jetzt Schafhaare oder ob ich Hundewolle oder Kaninchen oder kann man alles verarbeiten. Alles andere habt ihr da noch einmal Wolle. Wunderbar. Das gibt jetzt einen Polunter. Also ärmellos, weil ich nicht weiß, wie viel Wolle das der Erik noch hergibt. Jungen. 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 Bis zum nächsten Mal.